Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Weekly Chest Opening Video hier auf meinem Kanal mit eurem Brockmann, die liebte Community. Ja, wir machen mal hier die Weekly Chest auf und hoffen auf was richtig, richtig Geiles. Wir waren ja fleißig. Bam, bam, bam. Uh, 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 da haben wir direkt ein T-Set gezogen. Ai, 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 ai. Uh, 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 uh. Mit Zockel auch noch. Oh, 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 oh. Uh, 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 uh können wir hier direkt aufwerten auf Max, meine Güte was für ein Lootglück wir haben, erste Volt ziehen wir Bisswaffe, zweite Volt T-Set Helm und das gleiche auch noch mit Sockel hier richtig also ordentlich ziehen wir hier also man zieht hier schon wirklich königlich seine Teile, muss man aber auch mal sagen, so das ziehen wir jetzt an, easy going da haben wir unser Held Item da haben wir unseren 4er Set Bonus gleich voll, weil wir alles umcraften können, was wir nämlich sonst noch in Held hier anhaben, sehr sehr schön, sehr sehr nice so wünscht man sich ne fucking Volt einfach zweite Woche geile Volt, dritte Woche wollen wir gar nicht reden, alle guten Dinge sind drei da fliegen wir in den Olymp rein und holen uns alles aus der Volt raus ich drück euch natürlich ganz 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 doll in die Daumen dass ihr auch was Gutes in der Volt habt oder wenn ihr sie nach öffnet dass ihr auf jeden Fall was Gutes drinnen haben werdet, falls ihr sie schon geöffnet habt hoffe ich auf jeden Fall eure Volt hat sich gelohnt und ihr hattet auch ein geiles T-Set mit Sockel direkt, also mit Sockel Platz direkt drinnen, damit sich das Ganze auch so richtig lohnt, ansonsten bleibt alle gesund bleibt alle munter vielen, vielen lieben Dank für die ganze Liebe den ganzen Support hier auf diesem Kanal nicht verzeihen, wir hören und sehen uns im nächsten Video bis dahin auf jeden Fall reingehauen ich bin raus euer Brocken bis dahin bis dahin bis dahin Vielen Dank.